Einen wunderschönen dritten Advent. Euch allen. Mein Handy hat jetzt schon wieder vibriert. Ich bin sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr busy, Mensch. Moment, ich muss es erst weglegen. Ich habe im zweiten Adventspecial vorgelesen, so offen gebliebene Fragen, die J.K. Rowling beantwortet hat. Ich habe es nicht fertig geschafft, einfach weil ich eine Stunde lang fast geredet habe und ich wollte euch da nicht noch eine Stunde antun. Deswegen dachte ich mir, ich teile es jetzt ein bisschen auf. Ehrlich gesagt, habe ich auch keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, ich bin noch bis zu Harry gekommen. Kann das sein? Ich mache jetzt einfach mal bei Hermine weiter. Da steht Hermine Granger holt zunächst ihren Schulabschluss in Hogwarts nach. Natürlich mit Bestnoten. Danach fängt sie in der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe an, wo sie wesentliche Verbesserung für das Dasein von Haushelfen institutionalisiert und die Beziehung zwischen magischen Menschen und anderen magischen Geschöpfen revolutioniert. Arbeitet jetzt in einer sehr einflussreichen Position in der Abteilung für magische Strafverfolgung und reformiert dort die Anti-Muggel-Gesetzgebung, obwohl sie in Harry Potter Band 7 gegenüber Rufus Grungorch ausgeschlossen hat, dass sie sich jemals im Bereich der Zaubergesetzgebung engagieren werde. Hat ihre Eltern zurückgeholt und deren Erinnerung wieder repariert. Empfand als dritten verführerischen Duft von Marmon Tentia den von Rons Hahn. Hat nicht gelogen mit ihrer Behauptung in Harry Potter Band 7, ich glaube, das heißt Kapitel 9, sie haben noch nie zuvor ein Gedächtnis-Zauber vollbracht. Denn es ist magisch etwas anderes, eine Erinnerung zu manipulieren, wie bei ihren Eltern, oder eine Erinnerung zu löschen. Bei Hermine muss ich sagen, Hermine endet ja am Ende mit Ron. Und ich weiß, dass Rowling eben am Ende, nicht am Ende, Jahre später danach gesagt hat, dass sie so ein bisschen bereut, dass das mit Ron passiert ist. Also sie hätte gefunden, dass Harry besser zu ihr gepasst hätte. Oder sie hätte auf jeden Fall es ändern wollen. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Auf jeden Fall, das hat sie mal gesagt im Interview, glaube ich. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also klar, ich kann Ron nicht ausstehen. Und deswegen möchte ich nicht, dass Hermine mit ihm zusammenkommt. Weswegen das ja alles hier stattfindet, das wisst ihr ja schon. Ich finde die Idee dahinter, dass die aber alle eine Familie geworden sind, mega, mega süß. Es hat mich am Anfang auch überrascht, dass, ich sag jetzt mal, der Protagonist nicht das Mädchen bekommen hat, in Anführungszeichen. So ist es ja üblich. Ich finde aber, dass das aus dem Raster fällt, wieder cool. Es muss ja nicht immer alles so klischeehaft sein. Ich finde aber nicht, dass Hermine zu Harry passt. Also in keinster Weise. Ich habe ja die Bücher verschlungen. Und ich bin mir sicher, es geht euch draußen ähnlich. Ich finde, die passen. Also außer einer platonischen Beziehung sehe ich bei den beiden gar nichts. Also nicht mal für Fanfiction. Ich bin auch immer irritiert, wenn sie in Fanfiction zusammen sind. Und bin ehrlich gesagt auch leicht angeekelt. Weil die für mich eigentlich wie Bruder und Schwester sind. Und jemand, der sagt, er will aber, dass die beiden zusammen sind und schippt die, also dürft ihr natürlich gerne machen. Ich würde euch das niemals ausreden. Aber für mich passt es einfach von hinten bis vorne nicht. Also da würde Draco in meinen Augen, auch wenn immer viele sagen, ja, aber das passt doch nicht. Also tausend Mal in mir sind im Arm wie Harry. Dass sie nach Hogwarts zurückgegangen ist, passt wie die Faust aufs Auge zu Hermine. Ich finde es schade, dass Harry und Ron das nicht gemacht haben. Weil, also auch wenn man das selber nicht als Leser miterlebt, finde ich, geht doch etwas flöten, wenn die beiden, wenn die beiden vor allem, wenn die drei nicht zusammen zur Schule zurückkehren. Also das goldene Trio, wie sie ja genannt werden, zu entzweien. Das bringt einfach nur Unglück. Dass sie dann später im Ministerium arbeitet und in der Abteilung für Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe erstmal anfängt, finde ich super. Das Ganze zieht einen roten Faden mit sich. Hermine, die sich ja schon im Schuljahr für magische Tierwesen einsetzt, für Seidenschnabel, für die Elfen, etc. Ihr wisst ja, wie sie drauf ist. Also das macht für mich Sinn, dass sie da hingegangen ist. Ich finde das auch gut, dass sie das gemacht hat. Wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, das wäre definitiv meine Abteilung, in der ich arbeiten würde, wenn ich ein Zauberer wäre. Weil ich auch es uferlos finde, wie magische Geschöpfe behandelt werden in Harry Potter. Also ich finde es krass, was für ein Rassismus da herrscht. Klar, das soll ja so ein bisschen unsere Welt davon damals widerspiegeln, was halt so ja auch in Deutschland stattgefunden hat mit Hitler und so. Aber es spiegelt auch ein bisschen unsere Gesellschaft wieder selbst heute noch. Ich finde es super, dass, ich sage jetzt mal, die neue Generation, ich bin ja doch eher vom alten Eisen, sage ich jetzt mal, da ich ein 90er Kind bin. Ich finde es schön und bin ein Befürworter dafür, dass die neue Generation so auf Toleranz pocht. Egal, in welche Richtung es geht. Egal, ob das jetzt in Body Shaming oder in LGBTQ-Richtung oder in vegane. Also wie gesagt, egal, in welche Richtung es geht. Ich finde das super, dass die so tolerant sind. Genau so sollte es sein. Klar gibt es, und die gibt es immer, Leute, die es halt übertreiben müssen, wo ich mir denke, beruhig dich mal ein bisschen. Dann brauchst du deine Hand nicht mit Sekundenkleber auf die Straße festkleben. Das ist zu krass. Das ist einfach zu krass, dass du auf dich aufmerksam machen willst, laut und mit drastischen Maßnahmen. Okay, aber nicht sowas. Also das ist ja eigentlich schon fast Gewalt, was du machst. Auch wenn du nur auf dieser Straße klebst, hältst du ja vielleicht Ärzte, Feuerwehrleute, Leute, also wirklich, die andere Leben retten und unschuldig sind und vielleicht sogar ihr Bestes geben und selber Klimaaktivisten sind. Den schneidest du einfach ins Fleisch und das finde ich nicht in Ordnung. Und diese Toleranz, finde ich, passt auch zu Hermine. Ich finde es auch schön, wie sie sich für die Hauselfen einsetzt oder eingesetzt hat oder noch immer einsetzt. In den Büchern fand ich es auch manchmal zu extrem. Sie wollte dann auch gar nicht hören, dass Hauselfen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, so behandelt werden möchten und beziehungsweise dienen möchten. Aber ich verstehe sie, dass sie sagt, Slaverei etc. Einerseits habe ich sie zu 100% verstanden und andererseits ist sie mir auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen. Sie hat wirklich auf gar kein Argument ist sie eingegangen und das finde ich halt schade. Du musst schon deinem anderen Zuhörer wirklich aktiv zuhören und verstehen, was er sagt und meint. Nur dann kann man eine Lösung finden. Einfach vorzupreschen und wie ein Bulldozer alles platt zu walzen, hat noch nie irgendjemanden irgendwas gebracht. Wieder diese Thematik mit dem achten Buch. Ich weiß, im achten Buch, das zählt für viele nicht als Canon. Ich nehme es immer gerne als Canon dazu. Ich finde nämlich, ich mag die achte Geschichte, nehme ich total gern. Da wird Hermine, beziehungsweise da wird es nicht, da ist Hermine die, oh Gott, jetzt habe ich das Ding vergessen, wie das heißt, Ministerin für die, nee, ist das Ministerin? Zauberei, Zauberei-Ministerin. So, ich habe es doch zusammengekriegt. Das wird sie auf jeden Fall, nein, das ist sie im achten Buch. Mein Gott, ich kann nicht reden. Und das finde ich so cool, weil das passt so, also das passt so gut zu ihr. Es würde auch zu Harry passen, wobei der nicht ganz so, ich sage jetzt mal, fleißig und idealistisch ist wie Hermine. Also ich finde, zu ihr passt das noch ein Stückchen weiter mehr. Bei Harry hätte ich es mir auch noch gut vorstellen können, aber Hermine ist ja perfekt für diesen Job. Und das finde ich ja so cool, dass sie das geworden ist. Dass sie ihre Eltern zurückgeholt hat, finde ich auch mega cool. Ich fand das, also ich, ich finde in den Büchern ist das gar nicht so richtig zur Sprache gekommen oder, oder, oder nicht mit diesen Emotionen. Anders wie im Film, wo man das auch wirklich hat sehen dürfen. Auch wie diese ganzen Fotos von ihr verschwunden sind. Und als kleiner Funfact nebenbei, falls das noch keiner wusste, diese Fotos, die man im Film gesehen hat, das waren tatsächlich Emmas eigene, also Emma Watson, die Schauspieler von Hermine, Emmas eigene Kinderfotos. Ja, dann mache ich mal weiter mit Ron Weasley. Hat zunächst mit Harry zusammen die Aurora-Zentrale reformiert. leitet inzwischen mit seinem Bruder George den Scherzartikelladen in der Winkelgasse, der sich als sprudelnde Geldquelle erwiesen hat. Ja, ich finde es lustig, dass Harry fast, also ich meine, das ist hier in Stichpunkten aufgeschrieben und Harry hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Unterpunkte und Hermine hat 1, 2, 3, 4, 5 Unterpunkte und Ron hat ganze 2 Unterpunkte. Muss ich noch mehr dazu sagen? Ron Weasley ist, also dass er mit Harry Aurora geworden ist, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Für mich klang das eher so, ach so, du machst Aurora, ja okay, dann mache ich das auch. Ich hatte, also bei Harry habe ich es ja irgendwo verstanden, der ja auch wirklich, ich sage jetzt mal von Anfang bis Ende, gegen die dunklen Mächte gekämpft hat. Ich meine klar, Ron hat mitgekämpft und war immer dabei und so, aber ich habe in Ron ehrlich gesagt nicht das Talent gesehen und auch nicht so diesen Beweggrund in ihm gespürt, sage ich jetzt mal, dass er diesen Job wirklich ergriffen hat. Das ist wie wenn meine beste Freundin sagen würde, ja okay, dann werde ich halt Konditorin und ich die halt Kuchen gerne mag, denkt sich so, oh ja, okay, werde ich es halt auch. Also das macht halt einfach von hinten bis vor keinen Sinn. Dass er später den Scherzartikelladen mit George leitet, finde ich schön, dass er seinen Bruder unterstützt und für sich selber vielleicht auch was gefunden hat, was ihn interessieren könnte. Ich finde, in den Filmen kommt das ja gar nicht so rüber, aber George und Fred geben sich ja wirklich, wirklich viel, viel Mühe mit ihren Artikeln, noch bevor der Laden aufgemacht hat, während sie in der Schule waren und wie viel sie an sich selber ausprobiert haben. Das kriegt man ja alles so als Leser mit in den Filmen, glaube ich, gar nicht. Bis auf, glaube ich, die Langziehohren kann das sein. Langziehohren und dieses Instant-Pulver oder irgendwie sowas. Und in den Büchern wird das halt wirklich ganz klar differenziert und also ganz klar erklärt. Und ich finde, da sieht man eigentlich, was für ein Talent auch die beiden haben und besitzen. Weil du erfindest nicht einfach mal so Kotzpastillen oder irgendwie sowas oder keine Ahnung, dieses Instant- Fluchpulver oder Dunkelpulver oder keine Ahnung, was halt so diesen Zug schwarz gemacht hat im Film. Ich finde schon, dass man sieht, dass die eigentlich ziemlich viel erreichen oder mehr erreichen könnten außerhalb dieses, ich sag jetzt mal, Scherzartikelladens, dass sie vielleicht sogar mächtige Zauberer geworden wären. Also wenn Fred nicht gestorben wäre, dann hätte ja Ron wahrscheinlich das nicht gemacht. Und ich finde es schön, dass er George da unterstützt und wie gesagt für sich selber auch was gefunden hat. Mich hätte es interessiert, was aus Ron geworden wäre, wenn Fred überlebt hätte. Das ist etwas, das würde mich schon interessieren, weil ich sehe Ron in, also wenn ich jetzt an Ron denke, dann fällt mir leider gar nichts ein, was für ihn spricht, wo ich sagen würde, da könnte ich ihn beruflich sehen. Der hat für mich nichts Greifbares, weil er so schwammig geschrieben ist in meinen Augen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, also wie gesagt, Auroa würde gar nicht, also passt gar nicht in meinen Augen zu ihm. Der Scherzartikelladen, ist ja, ich sag jetzt mal, mehr so wegen Familien zu, also wegen Familienstärke gemacht worden. Aber außerhalb dessen wüsste ich jetzt gar nicht, was Ron arbeiten würde. Mir fällt auch spontan, also auch nicht ein, wenn ich so an die Fanfictions denke, als was Ron immer arbeitet. Außer dieses Aurorending, weil er es am Anfang mit Harry macht. Also dass mal irgendjemand sagt, so, okay, arbeitet mal nicht im Scherzartikelladen oder so, weil Hermine hat ja auch die buntesten Berufe schlechthin, von Heiler bis, keine Ahnung, Fluchbrecher bis Geheimagentin, bis Bodyguard bis Aurorin, bis, keine Ahnung, irgendwas halt. Aber bei Ron darf mir jetzt tatsächlich nichts einfallen, wo ich sagen würde, das ist mal nicht Auroa oder Scherzartikelladen. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht. Fällt euch da irgendwas ein, wo ihr Ron sehen würdet? Maybe. Du könntest es ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache jetzt auch mal weiter mit anderen Charakteren. Und zwar, Hannah Abbott wird später zur Wirtin des Pubs zum Tropfen in den Kessel und heiratet Neville Langbatten. Ich muss sagen, ich war davon ehrlich gesagt echt überrascht und ein bisschen baff. Hannah sagt mir so gar nichts. Also mittlerweile weiß ich schon, wer sie ist, aber wo ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so, wer ist Hannah? Und dann musste ich sie echt googeln, weil ich keine Ahnung hatte, wer das ist. Ich finde es nicht schlimm, dass Neville jetzt wieder mit so einem, ich sage jetzt mal, No-Name-Charakter zusammengekommen ist. Ich weiß, viele haben sich Luna gewünscht, wahrscheinlich, weil sie ein bisschen von dem Film infiziert worden waren. Ja, das mit dem Tropfen in den Kessel finde ich schwierig. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es zwar einerseits cool, aber andererseits denke ich mir, ja gut, sie hätte es jetzt auch, nachdem sie einen 0815-Charakter genommen hat, auch einen 0815-Job kriegen können. Das hätte jetzt die Gans auch nicht fett gemacht. Bei Hannah Abbott gibt es noch einen kleinen Funfact, für die, die es nicht wussten. Die wird ja von, also im ersten und im zweiten Film wird sie von einem leicht rothaarigen, braunhaarigen Mädchen verkörpern. Ich weiß leider ihren Namen nicht, aber sie ist die Tochter des Regisseurs. von den ersten und zweiten Filmen. Und ich finde, also, keine schlechte Kritik an die anderen Regisseurschörer, aber ich finde, er hat von allen sieben Filmen, also acht Filmen, weil ja der letzte Teil zweigeteilt wurde, von allen acht Filmen hat er, glaube ich, den besten Job in meinen Augen gemacht, weil er sich noch am meisten an die Buchvorlage gehalten hat. Ich mache weiter mit Regulus Black, hat wegen einiger arroganter Bemerkungen Voldemorts gemerkt, dass diese sich mit einem Horcruz unsterblich machen wollte. Ursprünglich hatte Regulus sich begeistert den Todessern angeschlossen, aber er war nicht auf die Brutalität gefasst. Als er bei Creature so unmittelbar damit konfrontiert wurde, änderte er seine Haltung. Regulus Black ist ja eigentlich mehr oder minder wirklich die Randfigur aller Randfiguren, der ja nur zwei-, dreimal gefühlt erwähnt wird und von dem man überhaupt nichts weiß, deswegen kann ich auch nicht viel dazu sagen. Ich finde es aber schön zu sehen, dass selbst so eingefleischte, reinblütige Zauberer aus so richtig krassen, reinblütigen Familien, ja, die Unantastbaren, etc., die Augen geöffnet werden und dass sie sich auch ändern können und dass sie merken, okay, das ist nicht so, wie es geschehen hat oder das ist nicht so, wie ich es mir gedacht habe und dann wirklich eine Kehrtwendung machen und sagen, okay, oder auch den Mut dazu auffassen und sagen, ich unternehme was dagegen und wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, wie ich sage jetzt mal, dieses Medaillot zu stehlen. Ich finde, das zeigt auch, dass Menschen sich ändern können, dass man von allem, was man davor, also man, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, in der größten Not setzt man oft das ein, was man kennt. Also wenn man in Panik, also wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, Schwimmen als Kleinkind falsch gelernt hat und so einen ganz komischen Stil im Brustschwimmen hat, sage ich jetzt mal so als Beispiel und dann später aber professionelle Schwimmen gelernt bekommt nochmal und du aber in Panik gerätst, machst du automatisch diese falsche Brustschwimmenbewegung, eben weil du dich an das hältst, was du halt schon kennst und also ich hoffe, das Beispiel war jetzt irgendwie erklärlich, ich habe keine Ahnung. Es ist halt oft so, dass wenn man in Panik gerät oder gestresst ist, dass man sich oft in so alte Muster reinfällt, auch zum Beispiel bei so Erziehungssachen, wenn man zum Beispiel das von seinen Eltern gewohnt ist und dann gestresst ist mit seinen eigenen Kindern und vielleicht auch keine Kraft und keine Energie im Moment hat, dann fällt man gerne in dieses Verhaltensmuster von den Eltern zurück, auch wenn man immer gesagt hat, aber ich will nicht, wie meine Eltern sein, so in etwa. Der nächste ist Chuchang, sie heiratet einen Muggel und das war es auch an Informationen. Also ich finde es einerseits ganz lustig, es amüsiert mich, wenn dann immer nur so ein Wortgefühl drin steht und andererseits finde ich es so schade, dass man sich nicht die Zeit nimmt, die Charaktere, die man erschaffen hat, denen ein ordentliches Ende zu geben. Also sie, gerade wenn das so offen gebliebene Fragen sind von Fans, die man dann, wo man sich dann Zeit nimmt, ein Interview oder whatever, die zu beantworten oder die auf einer Webseite zu veröffentlichen, dann, also ich hätte mir gewünscht und erwartet, dass sie sich wirklich auf den Hintern setzt und einfach schreibt, Chuchang, keine Ahnung, heiratete einen Muggel, hat diesen Beruf ergriffen, hat Kontakt mit der magischen Welt, hat noch Kontakt mit dem und dem. Also selbst bei einer Chuchang, die gefühlt eigentlich nur einmal kurz im dritten Buch, einmal ganz kurz im vierten Buch und dann im fünften Buch aufgetaucht ist, also die war ja wirklich auch eine Rand-Rand-Figur. Selbst da hätte ich es mir gewünscht oder auch bei Regulus Black, der, ich sag jetzt mal, trotz seiner Rand-Rand-Figur ein Hebelchen war von Harrys Weg auf dem Weg zum Voldemort zu vernichten, hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Dann kommen die Dumbledores, Aberford Dumbledore ist weiterhin der Wirt, dass Eva Copsen hat, noch immer ein ganz besonderes Verhältnis zu Ziegen. Ehrlich gesagt, dazu könnte ich so vieles sagen, weiß aber nicht, ob dann das Video gesperrt wird, deswegen. Ich weiß, also ich habe diesen Satz ja schon mal gehört und dieses Gerücht, dass er wohl gerne mit Ziegen verkehrt und zwar so, wie Menschen es gerne tun. Frage mich bis heute noch, was hat J.K. Rowling sich dabei gedacht, das zu schreiben? Ich weiß, dass das auch in den Filmen erwähnt wurde und bin sehr angewidert davon, nach wie vor und frage mich halt, musste das sein? Ja, ich finde, Everford kommt in den Filmen sehr, ja, wie so ein richtiges Arschloch und unsympathisch vor. Also ich fand ihn in den Büchern, also vielleicht habe ich, also dadurch, dass er in den Büchern mehr über ihn geschrieben wird oder die Begegnung auch ein bisschen anders war und er auch ein bisschen mehr gesagt hat und man da auch ein bisschen mehr über Dumbledore erfahren hat und über das, was passiert ist, konnte ich seinen Schmerz etwas besser verstehen oder mehr mitfühlen. Deswegen fand ich ihn in den Büchern ein bisschen sympathischer oder empathischer auch. In den Filmen war er für mich einfach nur ein Arsch. Anders kann ich es nicht beschreiben. Dann kommt Albus Dumbledore hat in jenem ersten Brief an Petunia ihre freundliche und sehr verständnisvolle erklärt, warum sie nicht in Hogwarts aufgenommen werden kann. An diesem Brief konnte er anknüpfen, um sie zur Aufnahme Harrys in der Familie zu überreden. Konnte bei früheren Ereignissen Harry unter dem Tarnumhang sehen, weil er den Zauberspruch Homeno Revilio ungesagt verwendet hat. Beherrscht Mierisch und Koboldgak. Obwohl er kein Paselmund war und die Schlangsprache nie selbst sprechen konnte, hatte er gelernt, sie zu verstehen. Hat dem Spiegel näher ergibt, seine Familie heil und glücklich gesehen. Kendra, Percival, Ariane, Everphard und er selbst. Er füllt den Tod seiner Schwester sein ganzes Leben lang mit dem größten Entsetzen. Sein Irrwicht würde aussehen wie Arianes Leiche. Dumbledore war homosexuell. Seine erste große Liebe war Gellert Grinnelwald. Albus Dumbledore kommt in den Filmen weniger gut weg, wie er... Also, ich muss das anders formulieren. Moment. Albus Dumbledore hat eine sehr große Vergangenheit. Man erfährt sehr viel über ihn in den Büchern und in den Filmen erfährt man eigentlich fast gar nichts. Albus ist der Älteste von drei Kindern. Sein jüngerer Bruder heißt Everphard und seine jüngste Schwester heißt Ariane, die... Ich weiß nicht mehr, wo sie gewohnt haben, aber Ariane, die noch sehr jung war und eben unkontrolliert Magie einsetzen konnte, wurde von Muggeln dabei entdeckt und dann haben sie sie, weiß ich nicht, gefoltert, gemobbt, geschlagen. Manche sagen, vielleicht auch sexuell missbraucht, weil sie halt eben wollten, dass sie das nochmal macht und sie konnte das aber nicht, weil, wie gesagt, unkontrollierte Magie, so wie es die Kinder halt in dem Alter so hatten. Die Fantheorie... Also ich habe mal eine Fantheorie eben gehört, dass sie wohl sexuell missbraucht wurde von diesen Jungen. Man erfährt ja nur, dass es Jungen waren. Ich weiß gar nicht, ob man das Alte von denen erfährt. Spielt ja auch keine Rolle. Sie wurde danach so labil und also... Ja, ich weiß nicht, depressiv oder irgendwas passierte auf jeden Fall mit ihr danach und sie konnte keine Magie mehr kontrollieren. Der Vater hingegen, der wohl das entdeckt hat oder das mitbekommen hat, der ist auf die Muggel losgegangen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob er die umgebracht hat oder was er mit denen gemacht hat. Auf jeden Fall wurde er dann nach Asgaban gesteckt und ist dann dort auch gestorben und die Mutter hat ihre Kinder gepackt. Also Kendra hat ihre Kinder gepackt und die sind dann umgezogen nämlich nach Godric Gryffindor, äh, nach Godric Hallow. Godric Hallow? Godric Hallow. Also auch da, wo die, äh, die Potters dann später geliebt haben. Und, ähm, ja, Albus war ein sehr ehrgeiziger Schüler und seine, seine, also, nachdem er seine Schwester so, ähm, so unstabil, also unstabil war und, also, labil, labil? Sag mal labil dazu? Auf jeden Fall konnte sie halt ihre Magie nicht mehr kontrollieren. In den Filmen Fantastische Tierwesen erfährt man ja, dass sie dieses, ähm, Obscuro, glaube ich, war. Also die, die so die Magie in so einer schwarzen Wolke dann erscheinen lassen, weil das so, ja, weil sie es halt nicht mehr unter Kontrolle haben. Keine Ahnung. Ich bin so ein schlechter Erklärer. Ähm, das muss wohl auch der Grund gewesen sein, weswegen Kendra, also die Mutter, dann gestorben ist, weil eben Ariane das nicht kontrollieren konnte und das hat dann wohl die Mutter umgebracht. Ähm, und bei, bei, bei Albus ist es so, der war genauso wie der Rest der Familie, glaube ich, bis auf Aberford darauf bedacht, Ariane zu versteckt zu halten. Deswegen sind sie ja auch umgezogen, weil so konnte ja auch keiner erfahren, dass es drei Kinder sind. Ariane haben sie mehr oder minder, glaube ich, im Keller damals festgehalten oder im Dachgeschoss auf jeden Fall oder im Zimmer eingesperrt, halt so, dass man sie halt nicht sehen konnte öffentlich. Ähm, er war relativ ehrgeizig, er hatte hohe Ziele, er wollte eigentlich mit Gerard Grindelwald, der der Nachbar, ähm, Nachbarsjunge war oder whatever, eben mehr oder minder die Weltherrschaft an sich reißen, sag ich jetzt mal, und die Heiligtümer des Todes suchen und sowas. Also er war schon sehr verrückt, sag ich jetzt mal, so als junger Bursche. Ähm, nachdem das mit seiner Mutter aber passiert ist, ähm, ist er ja mehr oder minder, ähm, Familienoberhaupt geworden und wollte halt eben diese Reise nicht antreten. Und wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, äh, wollte Gerard Grindelwald, aber dass er mitkommt und Everford und Albus haben sich gestritten und Gerard, also Grindelwald hat sich eingemischt und, ähm, ähm, die drei haben die Zauberstäbe gezogen und, ähm, hinterher konnte man einfach nicht mehr sagen, welcher Zauber Ariane dann getroffen hat, weswegen sie dann gestorben ist. Und das hat eben Albus wohl mit richtig großem Schrecken zurückgelassen. Ich glaube, dass wohl das auch sein Wendepunkt im Leben war, weswegen er sich so geändert hat. Ich finde es, ähm, unheimlich traurig, dass er wie Harry seine Familie im Spiegel sieht und finde es noch trauriger, dass er, dass Harry nichts sagt. Also er, er hätte ja nicht mal sagen müssen, ähm, weiß ich nicht, ich habe meine Schwester umgebracht, mein Vater ist in Azkaban gestorben, meine Mutter ist gestorben. Ich finde diese ehrlichen Worte, wenn er gesagt hätte, Harry, ich sehe, auch ich sehe meine Familie glücklich in diesem Spiegel, er hätte doch schon ausgereicht. Harry hätte vielleicht einfach nur gedacht, ja okay, ähm, Albus ist ein alter Mann, vielleicht lebt seine Familie einfach nur nicht mehr. Ich finde es schon traurig, dass er das nicht sagen konnte in dem Moment. Also klar, ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel für einen elfjährigen Jungen. Ähm, weiß nicht, also, ich, ich, das macht mich einfach traurig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde das unheimlich rührend und traurig und jetzt zerreißend, dass er da in dem Moment nicht die Wahrheit gesagt hat, so wie es ist. Anstatt halt zu sagen, er sieht, was weiß ich, was, ich glaube, in dem Film hat er gesagt, seine gestrickten Socken oder irgendwie sowas. also, ja. Dass, ähm, Dumbledore homosexuell ist und, ähm, Gerhard Grindelwald seine erste Liebe sein sollte oder, oder war oder wie auch immer, kam ja auch erst durch diese Veröffentlichung raus. Ich weiß nicht, ob, ähm, Rowling das wirklich von Anfang an geplant hatte oder nicht. Keine Ahnung, kann man ja nicht nachprüfen. Ich finde diese Tatsache aber cool, dass er das mit eingebaut hat, dass es nicht so diese stereotypischen Sachen sind, dass halt jeder, ähm, jedes Männchen sich ein Weibchen sucht, sondern auch, ähm, sowas gibt. Ich weiß, dass ich mal gelesen habe, dass sie gesagt hat, ähm, sie wollte ja eigentlich, ähm, Simas, Simas und, ähm, und Dean auch ein Paar werden lassen, hat das dann aber verworfen, weil sie dachte, dann würde der Fokus mehr auf dieser Beziehung und dieser Toleranz dieser Beziehung liegen als auf der eigentlichen Geschichte. Finde ich schade, sie hätte da ruhig ein bisschen mehr machen können und, mehr aus den Stereotypen Dingen rausgehen können. Dann mache ich weiter mit, ähm, den Dursleys. Dudley Dursley hat entgegen vieler Fanhoffnungen kein magischer Begabten Nachkommen, die ihn zum Beispiel im Epilog auf dem Gleis 9 Dreiviertel als Vater eines Hogwarts-Schülers auftreten lassen konnten. Rowling hat entschieden, dass kein paarungsbereites latent magischer Skin sich mit der DNA von Onkel Vernon verträgt. Dudley hat in der Gegenwart den Motoren sich selbst gesehen, wie er wirklich ist. Dies hat die Veränderung seiner Einstellung gegenüber Harry und der Zauberei bewirkt. muss sagen, ich bin bei diesem Punkt nach wie vor so, so enttäuscht. Dudley ist, finde ich, genauso wie Regulus ein Beispiel davon, dass Menschen sich ändern können. wenn man ihnen die Möglichkeit gibt oder wenn sie selber ihre Augen dann öffnen können und sehen können, dass etwas, was sie jahrelang geglaubt haben oder auch ein Leben lang geglaubt haben, eben anders ist. Ich meine, Dudley hat ja auch von seinen Eltern mehr oder minder dann hinterher beigebracht bekommen, wie er Harry zu behandeln hat und dass Magie schlecht und böse ist. Gut, ihm wurde auch mehr oder minder übel mitgespielt. Ja, ich weiß, er war voll der Mopper und so, aber er war auch nur ein Kind zur damaligen Zeit und Kinder sind leider Gottes sehr, sehr grausam, wenn man ihnen nicht die richtigen Werte vermittelt und ich will sein Verhalten nicht gutreden, ich will ihn auch nicht dafür entschuldigen, aber Dudley ist das, was eben auch, also auch das Spiegelbild von Draco finde ich, nur halt eben nicht magisch, sondern halt Muggelart. Wenn man seinen Kindern solche Werte vorliebt und vorsagt und zeigt, dann brauchst du dich nicht wundern, dass deine Kinder auch so werden. Man erntet, was man sieht. Dieser Spruch, den gibt es nicht umsonst. Ich finde es unheimlich schade, dass Rowling da nicht die Möglichkeit genutzt hat und gesagt hat, okay, das Kind von Dudley ist ein magisches Kind. Nicht nur für Dudley selber, dass er dann in diese Welt hineinrutscht und sie mit anderen Augen kennenlernt, sondern vielleicht auch ein kleines bisschen für Petunia, die nie eine Chance bekommen hat, nach Hogwarts zu kommen, eben weil sie ein Muggel ist und kein magisches Gen hatte, ihre Schwester Lilly aber schon und somit als, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Großmutter die Möglichkeit bekommen könnte, das noch einmal nachzuholen, so mehr oder minder halt. Oder halt zu zeigen, dass das Gen von Lilly Potter und Petunia eben ja, keine Ahnung, magisches Blut in sich hat oder dieses Gen hat, also dass sie das gesagt hat mit Vernons DNA, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, finde ich echt fies. Klar, jetzt wird jeder sagen, ja, aber Vernon war doch auch so ein Aschgesicht. Ja, war er, aber ganz ehrlich, man erfährt ja nicht mal, warum Vernon so war, also ich habe, also versteht mich nicht falsch, ich habe Vernon auch jahrelang gehasst dafür, dass er so ein Aschgesicht ist, aber ich muss jetzt sagen, jetzt fast 30 Jahre später, in meinem jetzigen Ich, muss ich auch sagen, ich verstehe, also ich kann nicht mal sagen, warum er so ist. Klar, viele Menschen sind von Geburt an so, dann kann man nicht sagen, ja, es war die Schuld der Umgebung oder der Erziehung, manche sind tatsächlich von Charakter und von der Persönlichkeit her so, wer weiß auch, was Petunia ihm tatsächlich erzählt hat, in vielleicht ihrer Eifersucht oder in ihrer Verletzlichkeit, das weiß man ja nicht, man weiß ja nur, dass die Schwester eh nicht drauf war, also ich finde es echt schwierig, ihn dafür zu verurteilen, dafür, dass sie eigentlich gar nichts über Vernon weiß und wie gesagt, ich finde das mit Dudley unheimlich schade, ich fand es aber mega süß, wie er sich geändert hat und wie er wirklich diesen Schritt auf Harry zugegangen ist, ihm die Hand gereicht hat und gesagt hat, ja, ich glaube nicht, dass du eine Platzverschwendung bist und dass sie Frieden geschlossen haben und dass sie sich, weiß ich nicht, Weihnachtskarten schreiben und dass die Kinder sich gegenseitig besuchen und sowas und dass sie doch irgendwo eine Familie sind, trotz magischer Familie und Muggelfamilie, finde ich das schon schön, dass Harry und Dudley am Ende, ja, ich sag jetzt einfach mal zusammengewachsen sind, weil auch nur die, weil auch die beiden haben nur sich selbst, also sie haben ja, Dudley ist ein Einzelkind, der hat keine Geschwister, Harry ist ein Einzelkind, der hat auch keine Geschwister, auch wenn er natürlich mit der Heirat von Ginny sehr viele Schwager bekommen hat und so, aber die, ich sag jetzt mal, die Blutsverwandtschaft der beiden, da ist halt nicht mehr so viel übrig von Blutsverwandtschaft, das ist halt nur noch er und Harry. Dann mach ich mal weiter mit Petunia Dursley. Petunia Dursley wurde durch Dumbledores Heuler daran erinnert, dass sie in ihrer Jugend den Schulleiter gebeten hatte, auch sie nach Hogwarts gehen zu lassen. Petunia Dursley wird nie zaubern können. Sie war fast bereit, Harry viel Glück zu wünschen und zu gestehen, dass sie von seiner Welt wisse und früher neidisch war, dass sie nicht dazu gehören konnte, aber nach ihrer langjährigen inneren Abhärtung hat sie es dann doch nicht über die Lippen gebracht. Petunia ist so ein Thema für sich, ich meine, ich kann sie absolut verstehen, sie ist ein junges Mädchen, sie liebt ihre Schwester und die beiden haben vielleicht ein gutes Verhältnis zueinander, man weiß ja nicht, wie das Verhältnis davor war. Ja, und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein sehr inniges und ein sehr liebevolles Verhältnis war, vielleicht auch mit Unterstreichung von Geschwister, Rivalität, einer gesunden Rivalität, die man halt einfach hat. Und dann erfährst du ja, okay, meine Schwester kann zaubern und ich meine, zaubern ist doch jedes Kindes Wunsch, ich aber nicht. Meine Schwester kann nach Hogwarts, ich aber nicht. Also ich verstehe sie absolut, dass sie total gefrustet war und dass die Eltern voll aus dem Häuschen waren und vielleicht auch nur noch von Lilly geredet haben und sie komplett übersehen haben in ihren Sorgen und sie auch nicht in ihren Sorgen aufgefangen haben oder begleitet haben und sie mehr oder minder links liegen gelassen haben. Verstehe ich absolut, warum Petunia so giftig und gemein zu Lilly war. Sie wusste halt auch nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Wie gesagt, ich will sie jetzt hier auch nicht wieder so wie Dursley, äh wie Dudley vollkommen in Schutz nehmen oder so. Trotzdem war sie ja scheiße zu ihrer Schwester, braucht man nicht schönreden. Aber ich verstehe ihren Werdegang und ich verstehe vollkommen ihr Handeln. Was ich nicht verstehen kann, ist das Verhalten der Erwachsenen. Ich erlebe das tagtäglich ja auch im Kindergarten. Du kannst nicht einfach sagen, ja das macht man aber nicht, Eifersucht gehört sich nicht oder du brauchst ja nicht neidisch sein. Du musst sowohl, ich sag jetzt mal, also sagen wir mal, aus Neid hat ein Kind dem anderen Kind das Spielzeug kaputt gemacht oder so. Also du musst ja, du musst ja einerseits das Opfer in dem Fall, was halt eben ein kaputtes Spielzeug dann hat, das Kind, das Kind B, begleiten in seinen Gefühlen, weil es halt gefrustet ist und ihm halt was angetan wurde und du musst ja da ihn auch begleiten, ihn auffangen, ihn trösten, mit ihm die Situation irgendwie versuchen zu klären, indem du mit dem anderen Kind auch redest und so und das andere Kind musst du aber auch begleiten. Es genügt ja nicht zu sagen, das macht man nicht, davon hat das Kind ja auch nichts. Du musst es ja auch in seinen Emotionen annehmen. Das finde ich auch immer ganz schrecklich, wenn man zu den Kindern sagt, ja, lass nicht weinen, ja, ist doch nicht schlimm, ja, das ist doch kein Grund zum Weinen oder sei nicht so wütend. Die Kinder müssen ihre Emotionen rauslassen, sonst, also wir sind, wir leben leider in einer Gesellschaft, wo man keine Gefühle zeigen darf. Das ist tatsächlich so. Jeder soll funktionieren und alles soll schön sein, aber man darf nicht seinen Emotionen irgendwie nachgeben. Du darfst beleidigt sein und wütend sein, du darfst aber nicht aus Wut etwas zerstören. Und da finde ich, muss man die Kinder auffangen auffangen und an die Hand nehmen und begleiten. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich mache, als Beispiel, und da früh, wenn die Kinder, weiß ich nicht, schlecht aufgestanden sind, einen schlechten Tag hatten oder einfach keinen Bock hatten, aber die Eltern sie trotzdem mehr oder minder in die Einrichtung geschickt haben, aus welchen Gründen auch immer, dass ich dann sage, ich verstehe, wie du dich fühlst, ich verstehe, dass du bockig bist oder ich verstehe jetzt, dass du wütend bist, komm trotzdem herein, du kannst dich, weiß ich nicht, in die Garderobe setzen, auf deinem Platz, du kannst da sitzen bleiben, keiner, also keiner spricht dich an, keiner interagiert mit dir, wir lassen dich in Ruhe, du kannst deine Emotionen damit freien Lauf lassen oder wenn du das wünschst, weil du halt nicht ins Zimmer kommen willst, kannst du da sitzen bleiben und wenn du dann soweit bist, kannst du gerne reinkommen, so in etwa halt. Und ich finde, das fehlt so ein bisschen auch in den Geschichten, dass man diese Kinder wirklich begleitet, also in ihrem Großwerden einfach. Sie war fast bereit, Harry viel Glück zu wünschen. Das ist auch so ein Satz, muss ich sagen, der schmerzt. Der schmerzt einfach ununglaublich, weil mir auch unbegreiflich ist, wie man ein anderes Familienmitglied so behandeln kann. Das ist mir unbegreiflich, das kann ich nicht nachempfinden. Ich meine, er ist ja nicht nur Harry und Ende, er ist ja ihr Neffe. Ich meine, er ist doch der Sohn deiner Schwester und das verstehe ich gar nicht, dass sie da so abweisend ist, obwohl ja auch zwischendrin ja mal was rausgerutscht ist und so. Ich finde er echt heftig. Das finde ich so, so krass, dass Rowling da, ja, wie soll ich sagen, so hardcore die Schiene gefahren ist, so von wegen, nee, ich bin so verbittert, ich kann nichts an mich heranlassen. Ich bin echt krass. Also einerseits gibt es der Geschichte so die nötige Würze und die nötige vielleicht auch Realität. Manche Menschen können sich nicht ändern oder können von ihrer Meinung ablassen. Aber dafür, dass sie eigentlich voll das Happy End geschrieben hat, finde ich es echt krass. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht bin ich da auch zu idealistisch und denke mir, nee, es soll alles heitle Freude sein und so und jeder soll auch seinen Fehlern lernen, damit man, ja, damit man halt die Fehler nicht wiederholt. Weiß ich nicht. Kann jetzt natürlich auch sein, dass es einfach an mir liegt. Ja, ich dachte irgendwie, dass ich heute ein bisschen weiterkommen würde, wie nur bis zum, ja, keine Ahnung, bis zum 5. oder so. Ich dachte eigentlich auch, dass ich alles schaffe. Es bleibt ja auch nicht mehr viel, viel Zeit übrig. Vielleicht mache ich noch so ein Weihnachts-Weihnachts-Special und ich habe den Julian Richter auch gefragt, ob er mit mir so ein bisschen über Harry Potter reden möchte. Er hat mir leider noch keine Antwort geschrieben. Ich hoffe, er ist nicht allzu beschäftigt und wir schaffen es mal, dass wir uns mal in den Discord treffen oder so und das vielleicht Ganze aufnehmen. Ich würde das nämlich auch gerne, so wie hier als One-Taker, eben aufnehmen, dass wir einfach wirklich allgemein mal über Harry Potter reden, vielleicht auch über das Ende oder so. Ja, wenn es klappt, dann lade ich es auf jeden Fall hoch. Wenn es nicht klappt, müsst ihr halt eben weiterhin nur mich ertragen. Aber ich glaube, ich komme jetzt langsam zum Ende. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Ciao.